Hi Leute, Alkopop meldet sich zurück und wir sind wirklich stinke sauer. Mit den ganzen Neinen von Michael Wendler möchte ich mir noch eine Kleinigkeit wieder auf den Weg geben. Ein Mann vom Kaliber eines Michael Wendler. Wenn es den nicht gäbe in Deutschland, gute Nacht. Das ist doch scheiße, wenn ich irgendwo ein Konzert spielen müsste, ich denke, es war ein Bauernkaff, da ist doch nichts. Und dann versagt die Technik, da raste ich aus, da kriege ich so eine Krawatte. So Michael, und eins möchte ich dir nochmal persönlich sagen, und zwar, du kannst gar nichts dafür, dass irgendwelche zwei Tussis mit Handtäschchen, blond gewerbten Haaren deinen Vertrag nicht lesen können. Ich an deiner Stelle hätte dir nur das Doppelte aus der Tasche gezogen.